Hallo Leute! Wir sind bei einer weiteren Aufnahme von Dungeon Runner, Minecraft Adventure Map und Leon Destelis. Wir machen weiter bei der Pro, einfach so, weil wir noch nicht Master freigeschaltet haben. Weil wir dumm sind. Ja, oh Lava! Und so weiter, deswegen machen wir das jetzt. Nein, nicht schauen wir das jetzt an. Nein, doch nicht. Okay, los geht's, würde ich mal sagen. Ich bin schon ein bisschen weiter als du. Oh, was eine Schwierigkeit das hier ist. Okay. Ah, nein! Ja, super. Ich warte mal hier auf dich, oder? Ist sie tot, oder? Nö, ich lebe noch. Du hast geschafft. Ja. Ich gebe mir gerade Ehrgeiz. Ja, ich habe jetzt keine bequeme Spielposition, weißt du? Mit deinem Kissen da auf dem Schoß. Ja, das ist besser als mit einem Buckel. Ja, Mann! Schau mal hier, lass es bitte. Ja, okay, also warte, wo kommt's raus? Guck, das kommt, das ist diese Scheiße. Okay, ich schwimm mich drauf. Wenn du es schaffst, teleporte ich dich. Oh! Da versuche ich es und ich werde es eh nicht schaffen. Ups, ich bin da gegen eine Decke gesprungen oder so, keine Ahnung. Na gut. Okay. Okay. Okay, geh mal weiter nach links. Wie ist dieses Lied, was du die ganze Zeit singst? Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich weiß nicht, wie das heißt. Welches denn? Dieses, das du die ganze Zeit singst, die ganze Zeit irgendwie. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ne, weiß ich nicht. Das heißt Young and Wild Free. Ach so. Von Wiz Khalifa, Snoop Dogg und Bruno Mars. Ja, genau. Ja, ich war genauso gut. Ja, ich war mal davor besser. Buish. Ach du Kacke, das sah gerade bei dir so ein bisschen hart aus. Nochmal. Weil es sah gerade so aus, ich bin gestorben bei deinem Bildschirm. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut erkannt hat. Aber es sah so aus, als ob, weil da so ein Lavafunk kam. Dann sah es so aus, als ob ich so zerplatzt bin oder so ein Lavafunk auskommt. Okay. Kann ich mit dem? Ja. Wow, hier ist ja Decke drüber. Eben, deswegen bin ich gestorben. Jetzt kann ich weggehen. Warte, da muss man aufpassen, natürlich. Ist ja fies. Ja, das ist gewieft. Das ist echt gewieft. Jawohl. Ich glaube, ich bin gerade fast runtergegangen. Wow. Oh. Nein, oder? Oh doch, doch. Ich bin wieder drauf. Warte. Alter, lass uns mal. Ehrgeiz, ehrgeiz. Ich vergesse mal, wenn ich tp'n möchte, tp'n, oder? Das ist so geil. Okay, jetzt gehe ich wieder auf die Dings draufstellen. Ja. Du Spaß, ich darf jetzt nochmal. Ich weiß. Das mache ich jetzt auch gleich bei dir nicht. Jawohl. 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 Oh, du schaffst das. Ja. Decke, Decke, Decke. Wie bei mir. Nö, ich bin ja einer weiter, glaube ich, weißt du. Nö, da war ich auch. Genau bei dem Sprung. Achso, gute Sache. Ich hätte nach dir schlagen können. Wieso machst du das nicht in einem Lauf? Haha. Weil ich unfähig bin. Na gut, das schafft wir. Ich tp'n lieber nicht, weil sonst tp'n mich außerdem zu dir. Ja, das schafft wir, aber das muss machbar sein. Weil wir haben es uns ja schon einfacher gemacht. Ja, was war denn das jetzt? Bäh. Oh, bin ich böse. Schon wieder? Wieso spricht man da so komisch? Ihr habt was weggemacht, weil da ne Decke drüber ist. Mach ich da. Okay, du hast schon. Bin schon da. Wow. So. Hast du ne Druckplatte weggemacht? Ja. Wieso? Einfach so. Sag mal, hast du Probleme? Ja. Gehst du dich bitte aufhängen? Ja, nein. Ja, okay. Ey, was ist das? Ich muss jetzt ein bisschen lauter hören, weil ich weiter vom Computer weg sitze. Das heißt. Ja. Ich soll vielleicht mal näher rangehen. Ich muss auch ein bisschen mehr hören. So. Ja, super. Oh, da ist jetzt mich in das Zimmer und wir skypen dann hier, ne? Schön, so und so weiter. Ja! Ich werde hier irgendwie die ganze Zeit von irgendwas weggedrückt. Ey, wieso springt man da so komisch? Weil da Decke drüber ist. Ey, wie geil. Ich weiß nicht, das geht nicht. Gerade. Nee? Nö. Geh mir auch nicht. Oh. Es gibt keinen Befehl, der heißt Toh. Lalalala. Gut, ich habe ne Idee, wie man es schaffen könnte, wenn ich bis da komme. Ja? Ja. Die ersten drei Sprünge sind einfach. Ey, hast du irgendwie dein... 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 Okay. Viel Spaß. Ich habe fast geschafft. Ja. Und tot. Toll. Mal sehen, was die jetzt tun. Du langt da. Nee, auf keinen Fall. Sollte es doch anders sein. Ja, boll, ich laufe fast in die Lava rein, ne? Oh mein, warte mal auf mich. Ja! Wie geil! Du bist so inkompetent. Das ist unglaublich. Du bist so inkompetent. Nein. Das dürfen wir denn Bullshit jetzt nochmal machen. Was soll nochmal inkompetent sein? Was soll nochmal inkompetent sein? Einfach nur dumm. So gesagt. Ja, ich springe die Lava. Ich springe nicht. Wie geil. Hi. Oh. So, du darfst aber mal. Okay. Da stehen. Achso. Hey! Okay. Ja gut, ich hab dich nicht geschlagen. Aha. So, wie schön. Ja, Mann! Fast runtergefallen. Okay. Alter. Ich find die Lava sieht geil aus bei dir. Nein! Was war denn das jetzt? Ausraster! Machst du wieder TP? Nee. Weil ich mach so, ich bin so gewohnt die ganze Zeit, dass ich mich zu dir teleportieren muss. Das heißt, ich teleportier mich automatisch zu dir. Juhu! Juhu! Okay. Ich glaub an dich. Ich glaub an dich. Die sterben! Achso, warte. Das sieht so witzig aus mit deinem Scream. Das sieht so witzig aus. Ich lau auf den Kopf, ne? Ja. Ich mach einen Köpfer in die Lava rein. Gell? So einen schönen gewieften Kopfsprung. Mhm. Sehr gewieft. Ja, Mann. Du wirst, nein, es ist einfach. Aber ab da diesen Sprung schaff ich nicht. Okay. Versuch's einfach. Ich glaub an dich. Ich glaub an dich. Ich glaub an dich. Oh, ich brenne. Cool, ne? Ich brenne. Ja, bleib mal lieber stehen. Nö. Ich brenne. Ich bin so hot! I'm so hot! I'm so hot! I'm so hot! And so excited! I'm so hot! Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Wir sind einfach zu unfähig. Wir waren zu unfähig. Wir waren zu unfähig. Jetzt haben wir ihn hingekriegt. Das ist gut. Kratzen! Musst du nicht sagen! Aaaaah! Scheiße! Das ist jetzt diese Kacke hier, ne? Welche Kacke hier? Bei diesem einen schwierigen Sprung, wo man dann eine Ebene tiefer fällt. Erinnerst du dich noch? Sei doch froh, dass du nicht tot bist. Jaja, erinnerst du dich aber noch an diesen Sprung? Nein. Wo bist du denn überhaupt? Okay, ich bin schon fast durch. Fast durch? Ja, ich bin durch. Achso. Jawohl. Ja, dann kommt hier noch was mit Druckblatt. Ich warte mal auf dich. Guck hier diesen Sprung, meine Sineo. Guck hier. Warte. Diesen hier. Egal. Wo? Ach da. Geh du mal auf die Druckplatten. Oh. Haben wir das nicht? Geh mal auf die andere da. Vielleicht. Haben wir das nicht irgendwie schon mal gemacht? Ja, aber dann sind wir doch immer wieder gestorben und so. Ah ja, dann haben wir es gelassen. Stimmt. Ja. Okay, warte. Kann ich loslassen? Ja. Ich bin grad on fire, ich sag's dir. Ich bin grad so on fire. Ah, ich brenne! Ich brenne! Ich brenne! Teleportier mich. Teleportier dich selbst. Okay, hier ist glaube ich ein 4er. Und... Ne, doch nicht. Okay. So. Wie du vor, du verbrennst jetzt, ne? Ah, das hab ich dir gesagt. Hä? Das ist das mit diesem... Mit diesem Kamen da war. Ich geh jetzt vorne. Hi. Pass auf. Ja. Ja. Hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir! Wieso muss ich dich eigentlich zu mir teleportieren, wenn du eh gewohnt bist? Wo warst denn du eben? Direkt dir neben. Wir kommen auch erstmal hierher. Müssen wir diesen Kack-Sprung nicht mehr machen. Alter. Im Prinzip ist der Sprung gar nicht so schwer. Du musst ganz knapp nur abspringen. Ja, aber dann brennt man ja. Ja, kurz vor knapp muss man anspringen, so. Hier. Genau. Ja, ist so. Jetzt läuft nicht vor, ne? Ja, mach mal. Zeig mal, wie du meinst. Fast. Nein! Du bist so ein Loser! Wir gehen da jetzt nicht im Gamebot durch, ne? Nö, nö. Es ist nicht so schwer gewesen bisher. Geht eigentlich sogar, obwohl es Pro ist. Und ich denke mal, wir sind einfach besser geworden. Ja, denke ich auch mal. Ich denke echt, wir sind besser geworden. Bin durch. Bin durch. Was ne Teamarbeit, man! Ja, ne? Du hättest jetzt weiterspringen müssen. Du hast jetzt versaut, ganz ehrlich. Ja, sorry. Alter! Soll ich mal versuchen? Wieso? Soll ich mal versuchen? Aha. Preist. Der Fall ist, man schreibt, so, Setting, K97, Gamebot der Bär. Hast du. Ja, schon klar. Aber das ist dann auch klapp. Genau. Dann bist du auf einmal so ultimativ. Nein! Dann bist du so der größte Fell. Du kannst nichts machen und du stirbst an allem. Wenn du springst, dann stirbst du. Ja, ne? Ah, ich muss schnell! Ich muss schnell! Scheiße! Ja, mach mal hier drauf und so. Und so weiter. Ich denk mal, wie soll man diesen Sprung schaffen? Gibt's irgendeinen Trick? Ja. Genau. So fast. Genau so, genau. Genau so fast, hab ich gesagt. So, ja, ja. So, ja, aber ohne. Der Bär, ja. 08! 08 KKKL! Geiler Darm! Teleporting! Teleporting! Der Bär! 07 KKKL! Der Bär! Wie geil! Ich kann nicht scheinen. Du musst ganz weit hinten abspringen. So weit wie möglich. Genau so nicht. Ah, ja, wie schön. Obst, hab ich mir die gemacht, warte. Warte, 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 warte. Ich geh da mal hin. Nein, nicht! Du hast's nicht gebracht. Du warst so eben von mir! Ja, ich weiß, aber ich war auch tot. Dafür muss ich dreimal schlagen. Einmal noch. So, jetzt ist aber quitt. Ja, okay. Geh drauf. Boah. Jetzt hebe ich ab. Pass auf! Pass auf! Pass auf! Okay. Nein! Nein! Ich wollte gerade versuchen! Ich wollte gerade springen! Ich wollte gerade springen! Ich meinst's ernst sogar. Nein, ich kann echt nicht schreien. Na gut, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir sind schlecht. Ich weiß nicht, wie's man denn machen kann. So weit wie möglich hinten abspringen. Nice! Dann darf ich auch mal versuchen. Ja, ich darf auch mal versuchen. Achtung! Jetzt kommt's! Oh, da ist ja gar keine Drohplatte mehr. Wieso ist sie weg? Ich hab die nicht mitgenommen. Warte. Ich hab sie weggemacht. Ich hab sie weggemacht. 70 hieß das. Äh, hallo? Wieso machst du denn das? Wieso machst du denn das? Wieso machst du denn die Items? Keine Ahnung. Achso. Ah ja, ich mach mal kurz raus. Ähm. Jaaaa! Nein! Aha, gestorben! Ja, aber du! Warte, ich hab's doch geschafft. Du hast's zum ersten Mal geschafft. Ja und? Du hast zum zweiten Mal geschafft. Stolz! Und schläft Spaß. Echt gewieft. Wie ich ja anscheinend sagen muss. Ja, dafür wirst du nicht bezahlt. Oh, ja. Na, du weißt doch, hier Werbung in YouTube? Ja. Eine Million Euro pro, pro nichts, pro Luft. Nein! Ach, du bist verbrennt. Alter, ich bin hinten runtergefallen. Ey, drück jetzt Shift, ne? Ja. Wow! Ich hab so gesagt, drück Shift, springen. Warte, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ach, du bist so unglaublich inkompetent. Das weiß ich nicht. Das kann einfach nicht sein. Ja, konnte ich aber nicht richtig abspringen. Ja, klar. Drück Shift, ich bin auf drei Blöcken. Ja, geh vor. Nee, du schlägst mich. Boah, diesen Sprung hier, ab hier, den hasse ich. Der ist doch einfach. Der hier. Der ist nicht einfach. Ja, der ist nicht einfach, aber der ist ganz normal. Nö, irgendwie nicht. Ich mein, man schafft ihn jetzt nicht unbedingt jedes Mal, aber... Ja, okay. Nee, man schafft ihn nicht. Nicht jeden Smal. Nicht jeden Smal. Jeden Smal. Jeden Smal. Jeden Smal. Smal. Klingt so wie Ikea. Der neue Ikea Smal. Der neue Smalsmal. Der neue Ikea Smalsmal. Der neue Ikea Smalsmal. Das ist bestimmt so ein Billy-Regal oder sowas. Jawoll. Echt? Hast du geschafft ihn? Ja, schon wieder. Ist doch einfach. Nein! Was soll das denn? OMG. OMG. Du machst das gleich so geschickt, dass du so im Flug teleportiert wirst. Ja, geh, los, geh! Nee! Du bist heute der Komplettausfall, oder? Ja, aber du bist inkompetent. Und zwar hoch 10. Ja, guck, du kriegst den Sprung einfach nicht hin. Ja, und? Alter, jawoll. Ah, ich bin runtergefallen! Ja, natürlich. Und weitergerennt. Gerennt. Gerennt! Der Gerennt! Der Gerennt! Ich hab das immer sehr geschart! Liegt erst? Ich hab da nicht ges defined、 bei alle, übrigens! Ich hab das aus cámara, weil du wozu stört.